Diesen Bericht präsentiert euch Olymp-Heizungen, Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bioöl. Olymp, die Wärme aus Tirol. Ich finde es cool, erstmal was habt ihr für eine Veranstaltung, was sie für ein Event hier heute auf die Beine gestellt haben. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube die Autos sprechen für sich, schauen super aus. Absolut, also ich kriege immer noch Gänsehaut. Vor zwei Tagen habe ich die beiden Autos zum ersten Mal gesehen, frisch lackiert. Und er hat mir nicht so ganz gefallen, dann am Ende nur als Dritter nach Hause zu gehen. Ja, also mir ging es beim ersten Mal so, dass es, dein Kopf kommt gar nicht hinterher. Du verstehst im ersten Mal gar nicht wirklich, was passiert. Du denkst eigentlich nur, wo es auf die Kurve zugeht, Brems, Brems, Brems. Wir wollen auf jeden Fall in jedem Rennen punkten. Ich fahre auch diverse Rennen wie in Nürburgring, 24 Stunden Rennen, Spar 24 Stunden. Ja, aber das sehen wir genauso. Ich meine, wir fahren Rennen, um zu gewinnen. Das macht natürlich jeder. Ich bin ein großer Sportfan in general und seit ich jung war, habe ich immer Motorsport, Motorbikes, Motocross, alles auf TV gesehen. Also, letztes Jahr zu gehen, um eine DTM-Race zu gehen und es live zu erleben, war wirklich, wirklich besonders. Hydrosoft Wellness Sauna. Die schönste Form von gesundem Schwitzen. Ja, und die Zukunft von Abt eben auch zu sein und da Gas zu geben. Ja, absolut Hammer, was Abt Sportsline und auch Gurgur jetzt zusammengestellt hat. Und das Level wird genauso hoch sein, allerdings ein bisschen weniger Autos. Wir wissen aber auch, wie es geht zu gewinnen, also von dem her, ja, wir werden uns sehr viel Mühe geben. Ich war überrascht, wie elektrisch die ganze Atmosphäre ist, wie stark das Rennen ist. Ich habe die Qualifikation gesehen und alle in einem Sekunden gesehen haben, es war absolut krass. Ich dachte, das Rennen war knapp, aber die DTM ist unglaublich stark. Die Geschichte ein bisschen weiterschreiben können. Das Zwölfstunden-Rennwetter ist in Australien gefahren, also ich bin dieses Jahr gut im Einsatz. Aber wir sind motiviert, die Fahrer sind motiviert. Große Ziele natürlich gehören dazu und ja, jetzt greifen wir an. Dafür habe ich Kitzbühel und Schlappling mit nach Hause genommen. Jetzt müssen wir auf dem Podest in die Mitte stehen. Ich würde gerne zu Zandvoort gehen, aber ja, eine Rennfahrer wäre wirklich gut. Und dann natürlich auch den 24er am Nürburgring, was mittlerweile für mich einer der Top-Rennen der Welt ist. Wir sind natürlich sehr stolz, Red Bull da als Partner mit an Bord zu haben und jetzt müssen wir nur noch gewinnen. Ja, wir Rennfahrer, wir sind den Druck gewohnt mittlerweile, machen das auch schon lang genug. Das ist ziemlich ausgeglichen, wir haben schon einen Deal gemacht, nächstes Jahr drehen wir es um. Sie kämpfen immer für die kleinen Marginen. Und ich kann wirklich mit dem Ski-Racing und in unserem Sport, dass die kleinen Dinge wirklich eine Unterschiede machen. Und man sieht, sie kämpfen und arbeiten so hart als Team. Ja, natürlich, ich meine, DTM ist immer der Titel, das Ziel. DTM, eine überragende Rennserie, liegt mir Namen am Herzen. Das stimmt und ich hoffe, dass ich Herzass in der Hand habe. Diesen Bericht präsentierte euch Olymp-Heizungen. Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bioöl. Olymp, die Wärme aus Tirol. conquistei olur anschauen. Das ist Uhr. Das ist dieser Bericht biegweit. Das ist hier dr 워re.